Sie suchen nach einem einfachen und schnellen Weg, Lehr- und Lernvideos zu produzieren? Mit dem Tool Loom kann man Aufnahmen mit der eigenen Webcam und vom eigenen Bildschirm machen. Und das ohne Vorkenntnisse im Videobereich. Man kann zum Beispiel Präsentationen oder Vorträge aufnehmen, die man zum Beispiel mit PowerPoint hält. Oder man kann Erklärvideos produzieren, in denen man zum Beispiel neue Tools vorstellt und den Bildschirm abfilmt. Das Video kann man anschließend herunterladen oder mit den Teilnehmenden über einen Link teilen. Wie Loom funktioniert, schauen wir uns gleich direkt am Computer an. Zuerst öffne ich meinen Browser und gehe auf loom.com. Die Webseite ist auf Englisch, aber sehr leicht zu verstehen. Ich drücke auf Get Loom for free und kann mir hier ein Konto erstellen. Oder wenn ich bereits ein Konto habe, kann ich mich hier einfach anmelden. Sobald ich meine E-Mail-Adresse bestätigt habe, kann ich zwischen zwei Optionen wählen. Die Loom-App oder die Browser-Extension. Wir empfehlen die App, da diese übersichtlicher ist und mehr Funktionen bietet. Dafür einfach auf Install App drücken. Wenn ich jetzt Loom auf meinem Computer öffne, muss ich mich noch einmal mit meinen Zugangsdaten anmelden. Loom gibt mir hier noch einmal eine Tour durchs Programm und bietet mich auch um Einverständnis, mein Mikrofon und so weiter zu nutzen, damit ich später dann auch aufzeichnen kann. Bevor ich zu Filmen beginne, lege ich hier noch ein paar Einstellungen fest. Zum Beispiel, ob Bildschirm und Kamera, nur der Bildschirm oder nur die Kamera aufgezeichnet werden sollen. Ich kann auch eine Webcam und ein Mikrofon auswählen. Wenn ich mehrere Bildschirme angeschlossen habe, muss ich hier auch noch den richtigen Bildschirm auswählen. Dann gibt es einen Countdown und einen Signalton, der signalisiert, dass die Aufnahme beginnt. Jetzt zeichnet Loom meinen Bildschirm auf, sowie auch mich, mein Video und meinen Audiokommentar. Ich bin links unten eingeblendet. Falls ich diesen Kreis gerne woanders hätte, kann ich ihn auch mit der Maus verschieben. Ich kann ihn auch etwas größer gestalten oder ein vorher hochgeladenes Foto statt der Webcam einblenden. Ich kann jetzt zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation öffnen und dazu präsentieren. Ich kann sie auch weiterklicken oder wieder schließen. Und ich kann auch zum Beispiel eine Webseite vorzeigen und dazu live sprechen. Wenn ich mit meiner Aufnahme fertig bin, fahre ich mit der Maus an den linken Bildschirmrand. Dort kann ich die Aufnahme stoppen oder auch zwischendurch pausieren, falls ich einmal eine Verschnaufpause brauche. Oder wenn ich unzufrieden bin damit, kann ich sie gleich löschen. Ganz unten gibt es übrigens noch ein praktisches Tool. Damit kann ich Anmerkungen zeichnen, wenn ich etwas hervorheben möchte. Ich bin also jetzt fertig und stoppe das Video. Loom öffnet sich dann automatisch in der Browser-Version. Hier kann ich mir das Video, sobald es hochgeladen ist, anschauen. Wenn ich noch nicht ganz zufrieden bin, kann ich einfache Bearbeitungen vornehmen. Zum Beispiel hier mit dem Scheren-Symbol das Video kürzen. Ich kann auch ein Vorschau-Bild hochladen, das dann angezeigt wird, bevor ich das Video starte. Ich habe auch die Möglichkeit, einen Link in das Video einzufügen, zum Beispiel weiteres Lernmaterial, das ich meinen Teilnehmerinnen gern zur Verfügung stellen möchte. In den Einstellungen kann ich noch weitere Dinge festlegen, zum Beispiel, ob das Video heruntergeladen werden kann oder ob es kommentiert werden darf. Ich bin zufrieden mit meinem Video und möchte es an meine Teilnehmerinnen schicken. Dazu kann ich es entweder herunterladen und lokal ablegen oder direkt teilen. Wenn ich das per Link mache und den Link an jemanden verschicke, kann diese Person den Link ganz einfach öffnen und mein Video ansehen. Wenn ich nicht will, dass jeder und jede per Link auf mein Video zugreifen kann, kann ich hier auch ein Passwort vergeben, das eingegeben werden muss, um das Video aufrufen zu können. Geschafft! Jetzt kann ich den Link also an meine Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer schicken und alle können mein Video problemlos anschauen. Wenn ich es heruntergeladen habe, kann ich es auch noch auf einer Online-Plattform wie zum Beispiel YouTube zur Verfügung stellen. Punktferierenden und Kursteilnehmer geschickt werden. десят 정말 Untertitelung des ZDF, 2020